Aus dieser unglücklichen Situation erzielte Ungarn das 1 zu 0. Da ist soweit Tor und Ausgleich 1 zu 1. 2 zu 1 für Ungarn. Aus klarer Abseitsstellung markierte Tichy den dritten Treffer für Ungarn. Die Kampfmoral unserer Elf nicht gebrochen wurde. Mit 3 zu 2 Toren erkämpfte Ungarn die Fahrkarte nach Chile.